Check gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu, also gerne abchecken. Was geht Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein neues Freistoß-Battle und zwar wer ist der Freistoß-Spezialist? Leute, Ronaldo stellt sich mal wieder einem Gegner. Mbappé? Ja, das stimmt wirklich. Heute gegen Mbappé, Leute, steht schon im Hintergrund. Ich wollte eigentlich sagen, dass du Hallo sagen willst. Der ist auch dabei. Falls es euch gefällt, Leute, lasst gerne einen Like, lasst gerne ein Abo da. Wie immer, falls ihr noch nie abonniert habt. Kosten so, Blocker gehen, TG einschalten. Wie haut's doch, Leute, ja. Checkt wie immer noch gerne. Shop aus, nice design, schwarz-weiß, hat sich jetzt vorbei in rot, orange, grün und in blau. Nee, vier Farben, gerne abchecken. Kissen, Tarsen, Tonne, Leute, nice. Lege den ab am Start. Handyhöhlen ebenfalls am Start. Orange, blau, rot und grün. Gratis Autogrammkarte gibt es auch wie immer, ne? Zur Bestellung dazu, also checkt es gerne aus. Und wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wer der nächste Gegner von Ronaldo sein soll. Und schreibt gerne rein, was denkt der, wer gewinnt? Hashtag Ronaldo, Hashtag Kylian Mbappé. Aber ich würde sagen, starten wir rein. Let's go. So, ab geht's, Leute. Ab geht's, ab geht's. Das Problem ist halt, oh, wie schnell es nehme. Problem ist halt, dass... Ach, scheiße, Alter. Ich war zu weit auf einmal. Das Ding ist gar nicht schießen kann eigentlich ein Mbappé. Der hat echt schlechte Werte. Aber ehrlich gesagt, schießt er auch bei Pége. Also ich verfolge die Liga eigentlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, der schießt er auch so gut wie keine Freistöße. Ein Ema wird halt immer schießen, die Maria wird schießen. Kavani schießt sogar auch immer mal wieder. Deswegen hat ein Mbappé leider nicht so die Besten, Werde. Aber egal, wir versuchen das Beste daraus zu machen. Und wir nehmen hier auch wieder zwei Joker, Leute. Wisst ihr es? Zwei... Wo ist Mbappé da? 63. Aber der hat Kraft 83. Okay. Boah, geht eigentlich, Alter. Guck mal, 79 Freischussprinz... 79 Fähr, aber 63 Freischussprinz. Die Unheilung. Ich versuche mal einen Topsinn zu machen, Leute. So, lecker jetzt. Let's go. Machen wir es mal so hier. Zack. Ach, du Scheiße. Du bist ja wieder so schräg, ey. Mann, ich bin auch so schlecht, ey. Richtig verdient, ey. Richtig verdienter, schlechter. Weil, bleib locker. Ey, bleib locker. Alle locker bleiben, ey. Wie viele sind davon dir? Das ist ein Erwürgen. Das kann das nicht sein. Warte, 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 warte. Es gibt noch Merchandise. Hallo, du willst machen. Hab jetzt gecheckt. Der Typ, der Pisss, oder? Okay, warte. Der Perfektor steht. Perfektor. Okay, Cristiano Ronaldo. Perfektor. Let's go. Mal gucken, mal gucken. Plusquamperfecto. Plusquamperfecto von Ryan Alway. So heißt das doch wirklich auch Spanisch. Kann sein, ey. Echt? Ich glaube, das heißt irgendwie, ne, nicht plus. Als will, ey. Das heißt irgendwie Perfektor. Ja, Perfektor. Perfektor in definido und so. Kann sein. Ja, das gibt's. Bei mir ist das Spanisch. Ja, ja, Schule wünscht. Ja, aber da hat es eh eine 5. Keiner, was für 5? Warte mal, 2 bis 3. Erstes Jahr. Drecksschule hat es hier. Ich hab auch, ich hab nicht guten Noten, sagen wir es mal so. Ja, in Spanisch. Der hätte gerne die Note, die ich gehabt hätte, noch nicht. Hablo Español. Fert'n Sache. Schöner Freisch ist es eigentlich, by the way. Aber Areola gut geil, muss man nicht sagen, ne? Hast grad Essen bestell gewiesen. Fast. Ein Dings, bitte. Areola gut geil, den muss er halten. Ja, muss er haben, alter. Okay, dann. Warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal, bitte. Warte mal, warte mal. Ich wollte eigentlich rüberpassen, aber da hatte ich nur noch Chancen. Das ist am ehrlich. Ich hab jetzt gefasst, mach ich gerade. Äh, hier, komm hier. Komm, komm. Jawohl, ohne das Ding in Arme. Henschen Sie Dünne, komm. Henschen Sie Dünne, setzen Sie hin, mein Foto. Komm, 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 komm rein. Leute, guck euch an. Antoine, Englisch-Kurs ohne Sprubel, bester Mann. Spradler. 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 Scheiße, Rope, komm passen zum Glück. Ich habe es immer als erstes Rot. Tricks sind geil, ja, man tricks sind geil mit dem Jordan hier noch, weil der riecht nice. Okay, du hast noch einen mit Ronaldo, ne? Zwei Ronaldo, zwei andere. Denk da auch bei der Ronaldo-Challenge. Normal, wir wollen Abwechslung reinbringen, weil wir haben sonst immer diesen Schütz. Du hast dann noch einen. Schau, ich hab Ramsey vergessen, als ich wollte mit Ramsey schließen. Ramsey, warte ich wechseln. Ramsey kann doch nicht schießen, Alter. Ja, 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 trotzdem, ich werde einfach mit dem Schießen. Alter, du bist die Bade und Pianen, ich bin so bekloppt, man. Was willst du Ramsey, Mann? Ah, da ist er doch. Junge, das ist Dybala und Pianen, was willst du mit Ramsey schießen? Ich muss noch Kosta rein, vielleicht können wir mit dem auch nochmal überlegen, wie schießen. Und Bernadette schießen. Junge, kannst du jetzt mal, können wir mal weitermachen? Ich kann jetzt direkt, Alter. Ich will viermal wechseln, Alter. Die ganze Taktikaufstellung. Was ist los mit den Kollegen hier, Alter? Verrückt, ey. Junge, willst du nochmal wechseln, oder was? Sorry, sorry, sorry. Der Typ, ey. Sorry, ich will Ramsey eine Chance geben, ey. Kosta gute Werte. Wenn Ramsey den jetzt reinballern, doch. Was schießt du mit Ramsey, Alter, bist du bekloppt? Spann dich mal. Was willst du mit Ramsey schießen, ey? Ja, mach. Ich würde mal drohen, ey, der hat Dings, Dybala, Kosta. Ja, was willst du mit Ramsey schießen, ne? Ja, aber trotzdem, ey. Jetzt mal ohne Scheiß, schieß mit Ramsey, Alter. Was ist denn eigentlich schon angespuckt? Ich spuck dir ins Gesicht, Alter. Nimm mal gleich Kosta, Alter. Komm, wenn man mit Ramsey schießen, um ein Tor zu machen. Ja, der war gut. Du musst ja lassen. Ja, der war gut. Der war perfekt. Passt. War nicht ganz. Spann dich mal, ey. Ja, war gut. Cordär, Bernhard konnte auch nichts mehr machen. Bernhard, was macht der da? Ich weiß, der wollte sich noch dazwischen chillen, ne? Scheiße gelaufen. Okay, 1-0 für dich. Ist scheiße für mich. Ramsey, weißt du? Scheiße gelaufen, ey. Okay, zweiter Freak Kick für mich, ey. Schauen wir, man. Wenn die Leute nicht, die denken, der weiß nicht, was er tut. Ja, Ramsey ist ja echt nicht so gut, ey. Egal. Hau rein. Warte, 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 warte. Du bist nervös, kann das sein. Jetzt ist gut. Da ist eine gute Position. Ich glaube, ich nehme an. Komm, 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 komm. Bonucci. Ich glaube, ich nehme an Joker Di Maria, Leute. Excuse. Bonucci. Bonucci. Ne, es war doch. Also war Bonucci. Boah, früher noch, alter Zocker. Früher war man. Früher war man beste Dreier-Defensive. Bonucci, Chiellini und Basali. Aber Basali aufgehört mit. Er hat die Licht. Er hat die Licht jetzt. Aber Chiellini verletzt, hat Kreuzballers. Okay, Di Maria. Hey, Di Maria hat nur 38. Es ist nur noch Zweier. Di Maria hat nur 83 Kraft. Ah, Cavani, Neymar. Neymar, Neymar. Ich nehme Cavani, Neymar als Sponsor. Nein, nein, 88 Kraft. Cavani, schönen Topspin raus übernommen. Kenn ich nicht. Let's go. Ja, der ist gut. Der ist gut. Der ist wieder scheiße, ey, Mann. Ich hasse langsam auch die Topsplins ohne Witze, ey. Regen langsam richtig auf, nehm ich jetzt Neymar und gleich für den letzten Papé. Ohne Witz, was ist das für ein Topspin, ey? Kann ich wahr sein, der kommt nicht mal auf. Ach, der ist ja neig, keine mehr. Der bleibt in der Mauer hängen jetzt mal ohne Scheiße. Wen hat der verarscht, ey? Topspin sind so inkonstant. Tops, ja, das ist das krasse, ey. Du kannst dich da auch nicht verlassen, ey. Schießt, du ziehst nach Süd-Ousbekistan, der geht nicht mehr über die Mauer, ey. Das ist frech, ey, diese Topspin. Warum auch noch nach Süd-Ousbekistan, das machen wir mal weiter, ey. Scheiße, ich wollte eigentlich, obwohl doch, ich nehme doch Neymar. Oder? Na doch, komm. Neymar, mach das Ding hier, Mann. Ich mache meine Fans da. Das sind meine. Das sind meine, das ist ein bisschen nervös, weil die wissen, ey. Was machen die da, ey? Die wissen, Neymar haut das Ding jetzt hier rein. Bin ich mir nicht sicher, ey. Scheiße, Neymar, Alter, du hast auch mal besser geschossen, ey. Meine Fresse. Den weißt du auch selber. Boah, der ist schlecht, ey. Wir haben so einen schlechten Trainer gehabt. Ja, doch, ohne zu gucken drauf. Also, einen schlechten Trainer hat keine Motivation. Nee. Er hat von drauf gezogen und dachte sich, Baller mal. Ach, komm, ich schieß einfach drauf. Der hat sich, ich lade meine Baller mal in den Ballerbennen. Baller alle weg, ey. Da war gerade nicht jugendfreies Wort, habe ich lieber auch ausgelassen. Was denn? Du bist dran. Das soll ich alle machen jetzt, oder was? Warte mal, du hast noch zwei, ne? Hast du zwei? War falsch, jetzt schickt er den. Nein, war kein Abseits aus dem Glück. Aber trotzdem war falsch. Ich bin mitgelaufen, meischt. Also, unfreiwillig, der ist einfach mitgelaufen. Ich konnte nichts machen. Ich konnte gar nicht nicht mitlaufen, meischt. Der hat abseits gerade, also ohne Scheiße, das war richtig dumm gerade. Der hat es abseits aufgehoben, weil er selber mitgelaufen ist. So, eigentlich muss der Computer da so schlau sein und nicht mitlaufen. Ah, ja, und einfach durchlaufen. Ja, natürlich, nicht abseits stehen lassen. Was für einfach durchlaufen und abseits stehen lassen. Aber denkt nicht mit, meischt. Läuft mit, kennt er nix. Macht er nix. Kreisliga hätte das mit Auge gemacht. Mit Auge? Kreisliga mit Auge gar nicht laufen. Joachim, Joachim. Pass auf. Du, der ist doch im Abseits, du doof. Okay, wie nimmst du das noch einen Joker? Ich habe halt alle Angst vor dem Trainer. Alle Angst vor Ronaldo, Alter. Auf, ist wer da. Ronaldo in der Kreisliga. Der hat einmal geklappt mit Ronaldo, ne? Seitdem haben wir ihn nie wieder hingekriegt. Und, was machst du? Stark, Ronaldo, dass du nicht den Dings hier lenken hast. Der war aber gar nicht so schlecht, eigentlich. Natürlich war der schlecht. Ja, aber der sah irgendwie... Das habe ich nochmal versucht. Nein, dafür war der gar nicht so weit am Tor vorbei. Jetzt wurde scheiße. Natürlich war der weich. Ja, der war schon. Wir gehen in die Kamera, man. Aua. Hey, ho. Ne. Ah, aber die Bande. Letzter, ne? Für dich. Soll ich mein letzter erst mal an? Komm. Ich mach meinen letzten erst mal. Machen wir mal meinen Letz. Erstmal hier, ne? Auf, ganz eiskalt. Lass mich. Lass mich in Ruhe, ey. Lass mich in Ruhe, ey. Hör auf, ey. Lass meinen Bruder rum. Dann mach du jetzt, ey. Was ist los, ey? Ich hab doch gesagt. Okay, du hast keinen mehr mit Ronaldo, ne? Du musst Joker nehmen. Junge, was machst du denn, ey? Das wäre auch perfekt. Ja, hast du ja Glück gehabt, ey. Was für Glück. Oh, Mann, ey. Das ist so nervig. Ey, dieses Festhängen, ne? Oh, Mann, sowas ist ganz schlimm. Das ist eigentlich zu viel. Der hängt da drin fest. Hier. Nimm dieses Ding. Jawohl. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch voll, ne? Hast Glück gehabt, ey. Immer Glück, Glück, Glück. Das war Köln. Junge, Schiedsrichter, Mann, ich kack dir in die Hose, ey. Ah, nee, du hast deine Hose ja selber. Dann kann ich dir in die Rängen kacken, ey. Natürlich. Scheiße, ey. Gib mal kurz Hose. Warum? Ich kack kurz rein. Hose? Hose. Junge, jetzt aber, Schiri, jetzt ist doch mal gut, ey. Meine Güte, ey. Geht so einer von PSG, gehst du so als Trainer von PSG darüber, Schiri, komm, dann ist aber ein frech. Schiri, jetzt ist doch mal gut. Muss aber. Reicht da jetzt langsam. Okay, Pjanit. Nimm mal Kosta, komm. Nimm mal Kosta. Ja, Kosta, wegen Dings. Spekulation, ob der zurück zu Bayern kommen wird. Hast du das nicht gehört? Naja, hab ich nicht gehört. Müller und so haben rumgeholt, dass Kosta mal wieder zurück ist. Ja, wär geil. Der Kosta war geil. Und seitdem gibt's Spekulation, dass Kosta wieder zurück ist. Seit vier Jahren. Ich weiß gar nicht, warum Bayern damals abgegeben hat. Okay, der war bei Bayern wirklich nicht so stark. Jetzt kann er mal zeigen, warum er wieder zu Bayern will. Du warst ja absolut Maschine. Also ich weiß nicht, ich hab von dem Gerüchten noch nichts gehört. Aber wenn du das sagst, ich glaub dir das mal nicht. Ich glaub dir das mal. Ich kann aber mal zeigen, was er sagt. Und Kosta, zeig's warum, Alter. Er reizt sich ein, ey. Hey, Kosta krank. Ey, wir müssen das mit Kosta schießen. Ein heftiges Teil, Alter. Okay, muss man aber auch sagen, war ein Fehler. Wer ist im Torwert? Areola, der... Areola, ja. Der ist der beste Torwert. Aber Abioli, der kann eh nichts. Der hätte er haben können, aber trotzdem nice. Der rechnet auch nicht mit. Na, gut, den muss er schon haben, Alter. Der sah aus wie so ein Kreisliga-Torwert, ey. Scheiße, ey. Jürgen! Jürgen, da musst du hin. Nee, Jürgen, du bist nicht mehr aufgestellt, ey. Jürgen, übergreifend. Ich stell den 15-Jährigen rein, mir schallt. Das war ja auch nicht so, dass er knapp war. Der war ja drei Meter die Hand vom Ball weg. Ja, also, ja, ganz komisch, na, egal. Okay, letzter Freakick. Auch durch Glück kann man das Ball hinkommen. Ich muss nochmal mit... Warte, bleibloch. Warte, bleibloch. Das war mein Folgschirm. Alter, Alter. Ich muss nochmal mit Mbappé einschießen. Gibt das Ding. Ah, Servus, Nico, ey, nimm nur, ey. Gibt das Ding, ey. Gibt das Ding, ey. Gibt das Ding, ey. Gibt das Ding, ey. Ey, alter, hör auf mich so zu verarschen hier die ganze Zeit. Jetzt lass mal kurz, bleibloch. Jetzt. Jawohl. Komm, ey. Jawohl, schönes Ding. Gibt das Ding. So, letzter Freistoß, Leute. Und hast verloren. Echt? Ich kann gar nicht mehr treffen. 2-0. 2-0. Scheiß, Alter, gut. Wollen wir nicht noch einen Ehrenkreffer machen? Schieß doch, drück doch ab. Komm, Ihren Treffer mit Mbappé. Äh, 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 diese Zunge. So, 79 Fee. Das heißt, ihr Fee, technisch, hat er was drauf. Dann muss das Ding jetzt aber mal saftig hier rumdrehen, ey. So. Kann gehen. Hä? Hast du auch den Fail gehabt, den ich mit dem Alter hatte? Der kam erst ganz spät, deswegen konnte ich mich nicht mehr auf grün konzentrieren. Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ja, der gewinnt. Falls ihr mich abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Blockkack.nt, ich einsteig, mach die 1 Milliarde likes von mir. Check mal ein Shop aus, nice design. Schwarz, weißer, T-Shirt, Blower in. Orange, rot, grün, blau in den vier Farben. Checkt's genau aus. Kissen, Tassen, Tombeutel, nice LED-Lanbauen am Start. Handyhüllen, orange, Tor. Waren so. Orange, blau, rot und grün. Und, gratis. Komm, mach den Jubel, ja, Mann, ehre. Autogrammkarte gibt's auch noch dazu. Chasen, die mit dem Solo des Jahres. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal, oder? Tschau. Warte, mach Wiederholung noch. Guck noch Wiederholung. Guck, guck, guck. Guck. Das war jetzt kein geiles Tor. Aber ein guter Schuss. Tschau, Leute. Tschau. Tschau. Tschau.